Zu einem neuen Video. Das ist der zweite Teil des Live-Lektorats, obwohl es jetzt gerade gar nicht richtig live ist. Falls ihr das erste Live-Lektorat gesehen habt, habt ihr gesehen, dass am Ende des Videos einfach die Verbindung aufgehört hat. Das heißt, mein WLAN ist ausgefallen und das Video wurde dementsprechend abrupt beendet. Ich hatte auch keine Möglichkeit, das irgendwie wieder zu starten. Und damit uns das nicht nochmal passiert, habe ich heute mir gedacht, ich nehme dieses Video nun vorab auf. Aber wir können es uns als sogenannte Premiere angucken. Das heißt, ich bin jetzt gerade live im Chat, wenn dieses Video online gestellt wird. Und wir können uns über die Dinge unterhalten, die ich hier im Folgenden besprechen werde und auch austauschen. Ist vielleicht sogar gar keine schlechte Variante, weil ich mich so dann parallel wirklich auf den Chat konzentrieren kann. Und wir die Möglichkeit haben, da vielleicht auch ein bisschen besser noch zu quatschen. Ja, wir haben ja gestern uns ein paar Texte angeguckt. Die habe ich hier oben noch. Hier haben wir alles Mögliche schon besprochen. Wen das interessiert, was wir bei den anderen Texten besprochen haben und warum wir hier diese Änderungen gemacht haben, der kann sich ja gerne dann das andere Video noch anschauen. Ich dachte mir, dass wir einfach jetzt mit den Videos und mit den Texten, meine ich, weitermachen, die ich noch vorbereitet hatte. Und vorab möchte ich wieder einen kleinen Disclaimer setzen. Und zwar habe ich natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sodass ich jetzt, was weiß ich, was für eine super Überfliegerlektorin bin, die alle Texte in Gold verwandelt. Sondern ein Lektorat ist immer subjektiv auf der einen Seite. Das heißt, ich markere vielleicht Sachen an, die andere Lektorinnen nicht anmarkern würden. Ich achte vielleicht auch noch auf spezielle Sachen, auf die andere dann nicht achten. Und ich versuche immer, den Stil des Autors, der Autorin irgendwie zu ergreifen und nicht in den Stil so sehr einzugreifen, dass der irgendwie groß verändert wird. Außer natürlich, ich habe mit dem Autor oder der Autorin besprochen, dass wir ein ganz besonderes Merkmal oder Augenmerk auf den Stil legen wollen und wir wirklich aktiv nach Möglichkeiten suchen, den Stil zu verändern. Das gibt es natürlich auch. Das ist jetzt hier ja nicht der Fall. Ich habe mit den Autorin nicht gesprochen, sondern wir gucken einfach mal, was uns so auffällt. Und wie immer, macht gerne mit. Das heißt, wenn ihr Dinge seht, die ich zum Beispiel übersehe, könnt ihr sie gerne im Chat noch mit aufschreiben, damit die Leute, die das sich im Nachhinein angucken, gerade wenn die Autorin natürlich auch dabei sind, das entsprechend auch sehen können. Und dann starten wir sofort in diesen ersten Text. Achso, was ich noch vergessen habe, gestern wollte ich es euch auch noch erzählen. Und zwar, viele von euch haben es ja auch schon mitgekriegt, dass heute noch der Schreibkurs geöffnet ist. Morgen auch noch. Also morgen ist der letzte Tag, an dem man buchen kann. Und ab März wird dann auch, also nach der Schließung morgen, wird der Preis steigen. Deshalb erwähne ich das jetzt nochmal. Also alle, die bisher so ein bisschen geliebäugelt haben mit meinem Schreibkurs oder bisher vielleicht auch noch gar nichts davon gehört haben, denen sei sehr ans Herz gelegt, sich das jetzt nochmal ernsthaft anzugucken und ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dich doch vielleicht mitzumachen, weil sich der Preis, wie gesagt, erhöhen wird und ich jetzt übers Wochenende tatsächlich nochmal einen Rabatt auf den eigentlichen Preis gegeben habe. Das heißt, momentan bezahlt man 299 Euro für alles, was ich euch nachher auch nochmal eben kurz zeigen werde. Statt regulärer 499 Euro, also 300 statt 500 Euro. Und ab demnächst wird das Ganze dann 750 Euro kosten, weil es jetzt seit neuestem dann auch Feedback-Runden gibt, die so ähnlich sind wie das, was wir hier jetzt auch machen. Ja, aber dann halt mit euren Texten. Da sage ich gleich auch nochmal was zu, wenn ihr möchtet. Jetzt gehen wir aber erstmal durch die Texte und schauen mal, was wir hier machen können. Also es geht los. Auch hier nehme ich an, dass es die erste Seite ist und wir sozusagen gleich ins Geschehen geworfen werden. Es beginnt mit, ich hetzte durch das neue Rathaus, Neue hier groß geschrieben, weil es höchstwahrscheinlich ein Eigenname ist. Ich hetzte durch das neue Rathaus, nahm immer zwei Treppenstufen auf einmal und hastete den Gang entlang. Keuchend blieb ich vor dem Zimmer mit der Nummer 102 stehen. Ich verglich das Schild neben der Tür noch einmal mit dem Zettel, den mir mein Vater gegeben hatte. Neues Rathaus, hier seht ihr schon, ich hatte einen kleinen... Hier habe ich schon mal die Lücke weggemacht. Neues Rathaus, Zimmer 102, Frau Schneider. Ich holte noch einmal Tiefluft, um meine Atmung zu beruhigen und klopfte an der Tür. Nichts. Ich klopfte erneut. Wieder keine Antwort. Also drückte ich die Klinke herunter. Abgeschlossen. Ich stöhnte und ließ den Kopf in den Nacken fallen. Bis dahin erstmal. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht weiter, nehme ich an. Ich hetzte durch das neue Rathaus, finde ich, ist in Ordnung, Hetzen ist ein ziemlich starkes Wort. Das, finde ich, bringt gleich Aktion und Emotionen an den Anfang. Wir wissen oder sehen vielleicht, dass es ein Ich-Erzähler ist. Nahm immer zwei Treppenstufen auf einmal. Finde ich, ist bei mir so ein bisschen Klischee-Alarm, weil ich das einfach schon sehr, sehr, sehr oft irgendwo gelesen habe. Also das soll ja zeigen, dass man sehr schnell läuft. Finde ich in Ordnung. Aber man könnte überlegen, ob man dieses Hetzen eventuell auch noch mit etwas anderem darstellen kann. Muss ja kein Fahrstuhl sein. Aber vielleicht sowas wie, ich nahm die Treppen, statt auf den Fahrstuhl, falls es einen Fahrstuhl gibt, aber in den meisten Behörden gibt es ja einen wegen Behinderung und so. Statt auf den Fahrstuhl zu warten, nahm ich immer zwei Treppenstufen. Auf einmal vielleicht sowas. Und hastete den Gang entlang. Okay, finde ich als ersten Satz in Ordnung. Hasten und Hetzen ist natürlich recht ähnlich, so auch von der Energetik her. Aber man darf auch nicht zu viel irgendwo dran rumkritteln und versuchen, zu viel zu verändern in einem Lektorat. Deshalb würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Und wenn dieser Autor oder diese Autorin, aber ich glaube, es ist ein Autor, jetzt bei mir in einem Coaching wäre und wir mehrere Monate zum Beispiel zusammenarbeiten würden, dann gehe ich stark davon aus, dass dies nicht der erste Satz wäre, sondern wir irgendwie anders anfangen würden. Aber wenn ich das jetzt so als ganz normales Lektorat auf den Tisch bekäme, würde ich ihn erstmal so lassen. Keuchend blieb ich vor dem Zimmer mit der Nummer 102 stehen. Man könnte 102 auch in Worte schreiben, aber ein bisschen leichter lesbar ist es natürlich so. Auch da ist es ja unterschiedlich, wie die Lektoren das machen. Manche schreiben hier aus. Diese Regel ab 12 schreibt man Zahlen, die gibt es eigentlich gar nicht in echt. Also die, ja, das ist jetzt keine feststehende Regel, die irgendwo verankert ist. Aber ja, ich persönlich würde es wahrscheinlich als Wort schreiben, aber würde es jetzt auch nicht anmarkern, wenn das da so als Ziffer steht. Ich verglich das Schild neben der Tür noch einmal, dann haben wir eine Wortwiederholung, mit dem Zettel, den mir mein Vater gegeben hatte. Okay. Noch einmal ergibt in diesem Zusammenhang eigentlich keinen Sinn, weil noch einmal heißt ja, dass er das wieder tut. Er hat es aber ja noch gar nicht zum ersten Mal getan, sondern er ist natürlich vor dem Zimmer mit der Nummer 102 stehen geblieben. Aber dieses, ich vergleiche es mit dem Zettel, das kommt jetzt ja zum ersten Mal. Und dementsprechend kann diese Wiederholung hier weg. Ich verglich das Schild neben der Tür mit dem Zettel, den mir mein Vater gegeben hatte. Ja. Könnte man vielleicht sogar noch ein ganz bisschen schöner umformulieren, so wie das der Blick, meinetwegen, mein Blick huschte zwischen Schild und Zettel hin und her oder sowas in der Richtung. Weil dieses Wort, ich verglich das und das, im Grunde ja eine abstrakte Beschreibung für eine Handlung ist. und hier könnte ich mir vorstellen, weil wir die ganze Zeit so auf Handlung eigentlich geprägt werden, dass man hier mit einer Handlung sogar noch mehr erreichen würde. Also, ich nehme mal jetzt, was mir zuerst in den Kopf kommt, vielleicht sowas wie, dann haben wir auch gleich das Problem mit dem Ich, am Satzanfang nicht, mein Blick flog zwischen dem Schild neben der Tür und dem Zettel, dem mir mein Vater gegeben hat. Oder ich überlege gerade, kommt das später nochmal mit dem Vater? Ich weiß nicht, ob es sehr wichtig ist, hier zu erwähnen, dass der Vater den Zettel gegeben hat. Ich glaube, das würde ich an dieser Stelle sogar streichen. Es kommt bestimmt später nochmal zum Tragen. mit dem Zettel in meiner Hand, sag ich mal, Zettel in meiner Hand hin und her, hin und her. Ja, wir können darüber streiten, ob das ein besserer Satz ist. Müsste man im Einzelfall mal gucken. Ich hatte das jetzt gemacht, damit wir nicht wieder mit Ich den Satz beginnen, weil wir nämlich hier auch schon wieder ein Ich haben. Aber hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem Satz auch nicht. Mal sehen, was ihr im Chat dazu sagt. Okay, so, dann wird hier nochmal gesagt, was hier draufsteht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier stehen lassen würde, weil es ist halt, es ist eine Neuerung, äh, eine Wiederholung. Neuerung habe ich gesagt, weil ich hier gerade neu lese. Es ist eine Wiederholung zu dem, was wir schon wissen. Das heißt uns bis auf, dass wir also nach Frau Schneider suchen, gibt es eigentlich kaum etwas, das uns jetzt irgendwie weiterbringt. Wir wissen schon, dass wir im neuen Rathaus sind und wir wissen schon, dass wir vor Zimmer 102 stehen. Also irgendwie hat das für mich wenig Mehrwert jetzt zu sagen, was genau auf dem Zettel steht. Man könnte es ja auch kurz machen und könnte einfach sagen, ich war richtig oder sowas. Das war die richtige Tür. Keine Ahnung, sowas in der Richtung könnte man ja auch sagen. Ach, deshalb würde ich, ich würde tatsächlich, weil ich irgendwie finde, dass das hier keinen Mehrwert hat, sondern eher das Tempo rausnimmt, würde ich das, glaube ich, tatsächlich umschreiben und hier sowas sagen, wie... Ich schreibe jetzt mal, ich war richtig. So, ich glaube, das ist nicht ganz, kein so guter Satz. Ich muss dazu sagen, dass ich in einem echten Lektorat natürlich auch nicht spontan mir perfekte Sätze ausdenken muss, sondern da schreibe ich dann einfach erst mal was hin und überlege dann später, ob ich das noch anders machen kann oder schreibe einen Kommentar dazu, was ich meine. Von daher, ja, nehmt das also bitte jetzt nicht als in Stein gemeißelt hin. Das soll einfach nur zeigen, worauf man achten kann und in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Wie gesagt, man kann ja auch sowas schreiben wie das war das richtige Zimmer. Ja, ist vielleicht sogar noch schön. Na, das war das richtige Zimmer. So, meinetwegen. Und blieb voll. Damit ich hier Zimmer und Zimmer nicht doppelt habe. Vielleicht machen wir es mal so. Blieb vor der Tür. Mann, heute habe ich es aber auch echt. Blieb vor der Tür mit der Nummer 102 stehen. Mein Blick flog zwischen dem Schild und dem Zettel meiner Hand hin und her. Das war das richtige Zimmer. So vielleicht. Dann haben wir ein bisschen gekürzt, gestrafft. Vielleicht machen wir das mal so. So, und hier haben wir jetzt gerade einen kleinen, eigentlich wird die Zeile hier natürlich eingerückt. So, jetzt würde ich hier nicht schreiben, ich holte noch einmal Tiefluft. Denn auch hier haben wir mal wieder gar keine echte Wiederholung. Weil wenn hier steht noch einmal, dann heißt das ja, dass er das vorher auch schon gemacht hat. Man hatte aber nicht. Zumindest sehe ich das nicht. Er keucht natürlich und selbstverständlich holt er beim Keuchen auch Luft. Gar keine Frage. Aber das hier ist ja eher so ein Mut holen. Ja, so ein ein Ich atme noch einmal tief durch und dann mache ich etwas. Und das haben wir ja hier vorher nicht, um meine Atmung zu beruhigen. Jetzt würde ich das hier mal wieder streichen. Um meine Atmung zu beruhigen, finde ich auch irgendwie redundant. Weil warum sollte er sonst, also für, zum, zum, warum will er seine Atmung beruhigen? Weil er sich selbst beruhigen will. Ja, ne? Und das tut er, indem er Tiefluft holt. Also das ist irgendwie, man dreht sich hier ein bisschen im Kreis. Und deshalb würde ich das einfach streichen. Ich holte Tiefluft und klopfte an. Ah ja, auch interessant. An der Tür. An die Tür. Ich würde sagen, an wen oder was klopfe ich? An die Tür. Und dann, damit der Effekt von dieser Leere auch beim Lesen transportiert werden kann, würde ich persönlich das wie folgt setzen. So. Hier einen Zeilenumbruch machen. Und das dann so machen. Ich mache das mal eben hier so. So. So würde ich das persönlich machen. Das muss dann natürlich noch korrekt gesetzt sein. Also jetzt habe ich hier immer noch so diese, diese Abstände dazwischen. In Wirklichkeit würde das ja anders aussehen in einem Buch. Da haben wir eingerückte, so Einrückungen drin. So, zum Beispiel. Zack. Ich finde, dass dadurch, wenn man den, das gehört ja auch zum Schreiben dazu, dass man schon ein bisschen auf den Satz achtet. Das wird natürlich auch nochmal beim Sätzen nochmal geguckt. Aber ich persönlich finde, dass das hier irgendwie ein bisschen effektvoller wird, wenn wir das so machen. Ich holte tief Luft und klopfte an die Tür. Nichts. Ich klopfte erneut. Wieder keine Antwort. Also drückte ich die Klinke herunter. Abgeschlossen. Ich stöhnte auf. Ne, ich stöhnte. Gut. Ohne auf. Ich stöhnte und ließ den Kopf in den Nacken fallen. Ja. Okay. Sie sind zu spät. Hörte ich eine. Achso. Das würde man so schreiben, wenn man das so lassen will. Oh, hupsala. Jetzt habe ich ein Bildschirmfoto gemacht. Das passiert mir ständig, wenn ich hier auf der Tastatur rumhacke. Sie sind zu spät. Ohne Punkt. Komma. Hörte ich eine dunkle Männerstimme hinter mir? Punkt oder Komma. Wir haben seit zwei Minuten geschlossen. So. Da würde ich das tatsächlich aber als Wort machen. Und da würde ich jetzt auch mal eben enden. Ich mache gleich eine Bemerkung noch allein für den Autor. Für den Satz. Aber dann springen wir in den nächsten Text. So würde ich das Ganze vorschlagen. Man könnte, wenn man möchte, hier tatsächlich auch noch etwas tiefer einsteigen. Wir haben es jetzt so ein bisschen an der Oberfläche hier lektoriert. Das heißt, alleine schon, wie er hierhin hetzt, um das richtige Zimmer zu finden, könnte man, wenn man will, natürlich noch ein bisschen detaillierter aufschreiben. Das heißt, auch hier, das habe ich gestern auch schon gesagt, auch hier könnte man sehr gut noch die anderen Sinne mit ansprechen. Das heißt, was fühlt er, wenn sein Herz so schnell schlägt? Also wir haben zu diesen körperlichen Reaktionen gerade auf seinen Stress eigentlich wenig Information. Wir wissen jetzt auch nicht, wie trainiert er zum Beispiel ist, dass er, wie sehr hat ihm das was an, dass er da die Treppen hoch hält. Wir wissen auch nicht, wie hoch er jetzt wirklich dann geht, wie viel ein Stockwerk Nummer 102 ist. Vermutlich im ersten, weil die meisten Behörden, glaube ich, so aufgebaut sind, dass die Hunderter Nummern im ersten Obergeschoss sind, aber ich bin mir nicht sicher. Man könnte, wie gesagt, hier noch etwas mehr Informationen dazu geben, was der fühlt, was der hört, was der riecht. Riecht er seinen eigenen Schweiß zum Beispiel, weil er so gerannt ist? Klebt die Kleidung an seinem Körper, weil er gerannt ist? Wie ist er überhaupt hergekommen? Vielleicht kann man das auch mal erwähnen. Ist er zum Beispiel aus dem Bus gestolpert, wo noch Leute gesessen haben, nach denen er jetzt auch riecht oder was auch immer. Also da kann man ja seiner Fantasie dann wirklich freien Lauf lassen. Das wäre eine Möglichkeit, hier noch etwas mehr Atmosphäre zu schaffen. Wir wissen auch bisher nichts von diesem Flur. Das finde ich an dieser Stelle nicht schlimm, weil wenn ich in Eile bin und ganz schnell irgendwo hin renne, dann achte ich natürlich nicht so sehr darauf, wie etwas um mich herum aussieht. Das heißt, ich nehme mir nicht die Zeit, den Gang jetzt wirklich zu beschreiben, weil darauf liegt jetzt nicht der Fokus. Was man tatsächlich machen könnte, wäre, zumindest geht es mir so, wenn ich in eine Behörde komme, die ich nicht kenne, dann stehe ich erst mal, wenn ich die Treppe hochgehetzt bin, stehe ich da und weiß erst mal nicht, ob ich nach links oder rechts muss. da sind ja mal Hinweisschilder und da muss ich erst mal schnell lesen, wo denn das Büro ist, wo ich hin will oder wo die Zahlen steigen und in welche Richtung sie fallen. Also dieses Sich-Orientieren finde ich, dadurch, dass es hier nicht notwendig ist, scheint er schon häufiger in dem neuen Rathaus gewesen zu sein. Wenn das das erste Mal ist, dass er da ist, würde ich mir hier wünschen, dass er noch ein bisschen mehr Orientierung sucht und dass er vielleicht auch mal auf seine Uhr guckt, denn es ist nämlich zwei Minuten nach eins, wie wir gleich erfahren und um eins haben sie zugemacht. Da er ja weiß, dass jede Minute wahrscheinlich zählt, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sogar vorher schon schnell aufs Handy guckt, aber hat er vielleicht ja auch gerade erst getan. Das ist jetzt kein Musspunkt. Aber das wären so ein paar Ideen, wie man hier den Anfang noch ein bisschen anders gestalten könnte. und eine Sache wollte ich noch sagen, das ist jetzt aber wirklich für den Autor und zwar Wo habe ich das denn hier? So ein Mist. Jetzt hat er mich versetzt und so weiter. Ich drehte mich zur Stimme um und sah einen Typ mit roten, blonden Haaren und breitem Grinsen im Gesicht. Er lehnte zwei Euros weiter an der Wand. Es ging leider nicht, erwiderte ich genervt. Schon gut. Erwiderte der Typ mit ruhiger Stimme und dann sagte ich Erzähler, in einer anderen Situation hätte ich ihn vielleicht sympathisch gefunden, jetzt aber konnte ich verhindern, dass ich meinen gesamten Frust auf ihn projizierte. Und das verstehe ich nicht so richtig, weil ich meine mich zu erinnern, dass im nächsten Satz irgendwie sowas steht, wie dass er überraschenderweise ruhig reagierte oder so. Ach, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, der hat ja ganz ruhig und nett reagiert. Warum regt der Ich-Erzähler sich jetzt so auf? Es war ja nicht der hier, es war ja nicht der Typ, der ihn versetzt hat. Also ja, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, warum die, warum der Ich-Erzähler jetzt seinen Frust auf diesen anscheinend netten Typen übertragen hat, weil er ja auch sogar sagt, schon gut. Also hätte er, er sagt ja hier irgendwie, sie sind da, sie sind zu spät. Das kann man vielleicht irgendwie als Provokation oder sowas werten. Wir haben so zwei Minuten geschlossen. Aber da er dann sagt, schon gut, kommt er ihm ja schon entgegen. Also warum, warum ist er dann immer noch so sauer? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Gut, so, könnt ihr noch? Wir gehen nochmal auf den nächsten Text, den ich hier ausgesucht habe, beziehungsweise der mir zugeschickt wurde. Mal gucken, ja, den werden wir höchstwahrscheinlich ja auch nicht ganz schaffen, aber wir gucken mal. Gut, ich meine mich, grob zu erinnern, dass das eventuell ein Jugendbuch oder Kinderbuch ist. Ich glaube, irgendwie so für Kinder zwischen 12 und 14 oder so. Mal gucken, wie wir hier anfangen. Entschuldigung, Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Wir haben gleich eine Wortdopplung, da müssen wir mal drüber überlegen. Der Mann, der gerade an der Kasse neben ihm eine extra große Packung Kopfschmerztabletten gekauft hatte und nur die Apotheke verlassen wollte, drehte sich zu ihm um. Können Sie mir die Tür aufhalten? Ich kann nicht. Chris erkannte sofort, wann sein Gegenüber verstand. Er brauchte gar nicht weiter zu sprechen. Sobald der Mann den Jungen im Rollstuhl sah, huschte Mitleid über sein Gesicht und in überstürzter Hilfsbereitschaft zog er am Türknauf um dem Behinderten den Weg frei zu machen. Dabei schweifte seinen Blick unstet hin und her, um Chris bloß nicht in die Augen sehen zu müssen. Chris kannte diese Reaktion nur zu gut. Entweder sahen die Leute auf ihn herab, als sei er an der Person zweiter Klasse, oder sie fühlten sich schlecht, weil es ihnen gut ging und ihm nicht. Als ob sie irgendetwas dafür könnten, dass das Flugzeug seines Vaters damals abgestützt war. Als ob es ihre Schuld war, dass sein Älter und sein Bruder tot waren und er selbst von den Lendenwirbeln abwärts gar nichts mehr spürte. Ihr Mitleid machte es für Chris auch nicht leichter. Dankeschön, sagte er. Okay, das ist der Anfang des Buches. Ich habe das am Ende ein bisschen schneller vorgelesen, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Oh, schwuppdiwupp ist hier mein, wie heißt das denn hier, mein Dock hochgekommen, aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Hier haben wir, wie gesagt, gleich eine Wortdopplung mit Entschuldigung, Entschuldigung. Das hat für mich keinen Mehrwert, das hier doppelt zu machen, deshalb würde ich das tatsächlich ändern. Oder deutlich machen. Wenn er das zweimal sagt, dann hat er beim ersten Mal anscheinend ja nicht genug Gehör bekommen. Das heißt, entweder würde ich hier quasi Ende machen. Standardmäßig habe ich die anderen Anführungszeichen hier. Entschuldigung, so nichts passierte oder sowas. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? So irgendwie, also dass man eine, irgendeine Art Erklärung im Zwischenteil hat, warum hier zweimal Entschuldigung kommt. Ich persönlich würde es allerdings streichen, weil in der Regel weniger mehr ist. Als Einstiegssatz finde ich es auch, ehrlich gesagt, nur so mittel gut, weil es hat keinen, kein Konflikt in sich. Es ist ein relativ nichts-sagender Satz. Natürlich ist es nett, also dadurch, dass jemandem geholfen werden muss, hat man natürlich schon eine Art von Konflikt. Aber ja, irgendwie wie, hm, ja, ach, das Gehnen soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich gelangweilt bin, sondern einfach nur, dass ich viel, viel, viel zu lange schon wieder auf den Beinen bin. Ich habe ein bisschen, ja, also dieser Satz catcht mich nicht, muss ich ehrlich sagen. sagen, ich denke, das sollte man irgendwie noch mal überlegen, ob man da nicht irgendwas Spannendes draus machen kann. Ja, also wie gesagt, bei spontanen Eingebungen, das fällt mir sehr schwer, jetzt spontan hier einen spannenden Satz mir zu überlegen. Das, da weiß ich nicht so ganz genau. Natürlich muss man auch nicht mit Ach und Krach starten. Also ich erinnere mich an, meinetwegen, nehmen wir ruhig mal Harry Potter, was ja mein Lieblingsbeispiel ist, Harry Potter fängt ja auch sehr langweilig an, im Grunde, vom ersten Satz her, aber man gibt einem Buch ja die Chance, noch besser zu werden. Ich persönlich finde es halt nur nett, wenn man die Möglichkeit hat, spannend zu starten, dass man das gleich schon im ersten Satz auch tun kann. Es ist jetzt nichts, es ist kein Satz, den man jetzt liest und dann sagt, ach, da lese ich nicht weiter oder so. Definitiv nicht. Also so krass ist es nun auch nicht. Aber, ach, vielleicht können wir hier noch im Chat was sammeln, was irgendwie die Sache noch ein bisschen spannender machen würde. Man kann sich hier tatsächlich in diesen Jungen hinein versetzen und mal überlegen, wie die Situation für ihn ist und was zum Beispiel sein Gefühl gerade ist. Hat er überhaupt echt ein Problem damit, dass er um Hilfe bitten muss? oder, was ich nämlich eher vermute, ist das für ihn gar kein richtiger Konflikt? Es kommt, ich kenne den Jungen ja noch nicht, das heißt, ich weiß nicht, ob Chris selbst schon mit seiner Situation klarkommt, sodass er sich sagt, ja, ich muss sowieso ständig, also ich, wenn ich schon im Laden bin, weiß ich schon, dass ich gleich, wenn ich raus muss, mich um Hilfe kümmern muss. Ich kenne das beispielsweise, das ist natürlich nicht richtig vergleichbar, aber trotzdem, wenn ich mit einem Kinderwagen unterwegs bin, dann gibt es Situationen, in denen ich selbst nicht von A nach B komme, weil mir zum Beispiel jemand die Tür aufhalten muss, weil das einfach nicht mit Kinderwagen funktioniert. Das würde ich persönlich aber nicht als Konflikt sehen, sondern eher als, ist halt so, wenn ich mit dem Kinderwagen draußen bin, das weiß ich dann halt, wenn ich in den Laden reingehe, muss ich jemanden bitten, mir die Tür zu öffnen, bin fertig, da habe ich keine Schmerzen mit. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Chris auch so ist. Wenn Chris selbst keine Probleme hat damit, dass er im Rollstuhl sitzt, dann ist dieses, können Sie mir bitte helfen, auch für ihn gar kein Problem, kein Konflikt. Und da kommen wir dann zum Kern der Sache, es wäre schön, wenn wir hier mit einem Konflikt starten könnten. Das hier hinten, diese Erklärung, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme, ist schon eher ein Konflikt, weil die Leute Mitleid haben, dass er nicht will. Das ist emotional schon ein Konflikt, deshalb haben wir hier insgesamt einen auf der ersten Seite, aber ich glaube, man könnte ihn noch ein bisschen besser herausstellen und ein bisschen besser oder ein bisschen stärker vielleicht umschreiben. Genau. Gut, schauen wir aber erst mal weiter. Der Mann, der gerade an der Kasse neben ihm, das gerade wird hier von Papyrus auch schon selbst als Füllwort angemarkert, das tut mir leid, dass ich die ganze Zeit gähne, aber ich bin einfach nur müde. Der Mann, der an der Kasse neben ihm eine extra große Packung Kopfschmerztabletten gekauft hatte und nun die Apotheke verlassen wollte, dreht sich zu ihm um. Ist natürlich auch ein langer Satz. Es ist ein bisschen die Frage, ob es wichtig ist, dass er eine Packung Schmerztabletten, eine extra große Packung Schmerztabletten gekauft hatte oder ob das eigentlich egal ist. der Mann, der vor ihm die Apotheke verlassen wollte, drehte sich zu ihm um. Wäre eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Dann haben wir es ein bisschen knackiger und es ist höchstwahrscheinlich egal, dass er gerade eben noch an der Kasse vor ihm Kopfschmerztabletten gekauft hat. Wenn das relevant ist, dann bleibt das natürlich drin, völlig klar. Das wäre so eine Sache, wo man eigentlich mit Kommentaren arbeiten kann, ob das wichtig ist. Aber so für uns, wir können es ja nicht direkt fragen, glaube ich, dass das ein bisschen, ich finde es ja immer super, wenn man Details nennt, aber die Details müssen halt eigentlich auch irgendwie zur Geschichte beitragen und das scheint hier eben nicht der Fall zu sein, weil das ist höchstwahrscheinlich, nehme ich an, erstmal zumindest ein gesichtsloser, anonymer Mann. Es tut mir leid. Ich bin, ach, ich möchte, dass ihr nicht denkt, dass mich der Text langweilt. Ja, das ist gerade meine größte Sorge, was ihr das unhöflich findet, wenn ich in ganz einem Genen bin. Aber ich habe leider auch nicht mehr die Möglichkeit, dieses Video irgendwie zu schneiden oder so, sonst würde ich das einfach rausschneiden. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das, dass ich heute ein bisschen durchhänge. Ist ja auch Sonntag, eigentlich sollten wir gar nicht arbeiten. So, also wenn es, ich nehme an, es ist einfach irgendein gesichtsloser Mann, der nicht mehr auftauchen wird. Deshalb ist es egal, was er vorher gemacht hat. Wenn der Mann wichtig ist und später nochmal auftaucht, dann könnten wir auch ihm ein bisschen Beschreibung gönnen. Das weiß ich hier halt jetzt gerade nicht. So, also nochmal. Können Sie mir die Tür aufhalten? Ich kann nicht. und dann kommt hier ein Leerzeichen und das hast du schon richtig gemacht. Das ist eine Ellipse, ein Auslassungszeichen und das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich einfach nur drei Punkte schreibe. Hier sieht man, wenn ich mit dem Cursor hier zwischen den drei Punkten springen kann, dann ist das falsch. Dann ist das kein sogenanntes Auslassungszeichen. Ein Auslassungszeichen ist wirklich ein einziges Zeichen. Wenn ich hier versuche, mit dem Cursor zwischenzuspringen, springt er immer über alle drei Punkte drüber. Das ist so richtig. Das ist korrekt. Bei den meisten ist es schon voreingestellt, dass die drei Punkte automatisch in eine Ellipse verwandelt werden. Wenn nicht, könnt ihr das aber in den Einstellungen normalerweise irgendwo einstellen. Genau. Es findet hier trotzdem ein Leerzeichen statt, weil hell diese drei Punkte ja für ausgelassene Worte stehen. Deshalb heißt es Auslassungszeichen. Und die ausgelassenen Worte, die hier normalerweise kämen, würden ja nicht direkt an das Wort nicht angebracht werden, sondern mit einem Leerzeichen abgetrennt. Deshalb trennt man das Auslassungszeichen auch mit einem Leerzeichen ab. Christa kannte sofort, wann sein Gegenüber verstand. Da bin ich beim ersten Lesen so ein ganz bisschen drüber gestolpert, weil ich hatte hier ein Als erwartet. Christa erkannte sofort, dass, also dieses, Christa erkannte den Moment, in dem sein Gegenüber verstand. So, glaube ich, hätte ich das geschrieben. Ich schreibe das mal eben kurz, um das sehen zu können. Ich kannte sofort den Moment, in dem sein Gegenüber. die Situation, würde ich mal sagen. Das hat man verstanden. Und dann würde ich, ich überlege gerade, ob man diesen Satz vielleicht streicht. Ja, ich glaube, den, der ist, glaube ich, redundant, dieser Satz. Er braucht ja gar nicht mehr weiter zu sprechen. Das wird ja im Grunde klar, in dem er hier, in dem wir hier die Auslassungszeichen haben. Sobald er den Jungen im Rollstuhl gesehen hatte, müsste das wahrscheinlich dann sein, oder? Huschte mit Leid über sein Gesicht. Und in überfälliger Hilfsbereitschaft zog er am Türknauf, um dem Behinderten den Weg freizumachen. Dabei schweift er seinen Blick und steht hin und her, um Chris bloß nicht in die Augen sehen zu müssen. Okay, wie ich schon vorher sagte, ich will auch nicht zu viel an dem Text verändern, sondern ja eher so Impulse geben, wo man nochmal nachdenken könnte. Ich denke, hier wird die Situation relativ schnell klar. Ich möchte eigentlich lieber auf diesen zweiten Absatz zu sprechen kommen. In einem Lektorat würden wir uns höchstwahrscheinlich mit diesem Absatz noch ein bisschen beschäftigen, aber das hier finde ich gerade wichtiger, deshalb möchte ich das eben sagen. Wir haben hier einen klassischen Fall von auf der ersten Seite alles erklären wollen. So, deshalb finde ich das ganz gut. Gut, dass wir jetzt zufällig mal hier drüber stolpern. Chris kann hier die Situation, die Reaktion nur zu gut. Entweder sahen die Leute auf ihn herab oder sie fühlten sich plötzlich schlecht. Und dann wird hier erklärt, als ob sie irgendwas dafür könnten, dass sein Flugzeug, dass das Flugzeug seines Vaters damals abgestürzt war. Als ob es ihre Schuld war, dass seine Eltern und so weiter und so fort. Das heißt hier, zack, 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 das alles, das ist alles eine Erklärung, wo gleich auf der ersten Seite im Grunde so die Hintergrundinfos gegeben werden, die im Grunde für die erste Seite und für diese Szene eigentlich gar nicht so wichtig sind. Im Gegenteil, ich bin ja ein großer Verfechter davon, Fragen aufzuwerfen, aufzuwerfen, die natürlich auch beantwortet werden sollen. Dabei muss man selbstverständlich immer, das ist eine Gratwanderung, man darf auch nicht zu viele Fragen aufwerfen, sondern es muss irgendwie spannend sein. Indem man Fragen aufwirft, verspricht man dem Leser und der Leserin, dass diese Fragen, die jetzt im Raum stehen, auch beantwortet werden, wenn du denn weiterliest. Und das finde ich hier so ein bisschen eigentlich dann, ja, Potenzialverschleuderung, weil wir wollen, ja, eigentlich wollen wir wahrscheinlich schon wissen, warum er im Rollstuhl sitzt, also ob er schon immer im Rollstuhl sitzt oder ob es ein Unfall war. Und diese Frage, die sich hier oben stellt, sobald der Mann den Jungen im Rollstuhl gesehen hatte, da wissen wir, aha, Chris ist also im Rollstuhl, deshalb fragt er, ob er die Tür aufgemacht bekommt. Warum ist der wohl im Rollstuhl? Das wird wirklich hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zeilen später wird diese Frage schon beantwortet. Und das ist eigentlich für die Szene gar nicht zwingend notwendig, denke ich, weil, dass es ein Unfall war, kann an anderer Stelle noch erklärt werden, wenn es für die Story relevant ist. Ist es hier aber nicht, weil der Mann ihn ja nicht darauf anspricht. Dann könnte er es natürlich erklären. Aber hier ist es im Grunde, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, jedes Mal an die Situation denkt, also diese einzelnen Gedanken hat, wenn er jemanden fragt, ob er ihm die Tür öffnen könne. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen genervt und denkt sich, ich brauche euer Mitleid nicht und sagt aber Dankeschön. So würde ich das hier mal vorschlagen, zum Abändern, und natürlich mit dem Wissen und dem Kommentar im Grunde, dass diese Information an anderer Stelle besser weitergegeben werden kann. Ich denke, das ist hier tatsächlich zu viel. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie sinnvoller ist, das an einer anderen Stelle nochmal mit in den Text einzuflechten. Genau. Chris kannte die Reaktion nur zu gut. Entweder sahen die Leute auf ihn herab oder sie fühlten sich schlecht. Genau, hier war also wahrscheinlich das Zweite. Dein Blick von dem Mann ging und steht hin und her. Ich würde hier... Ich glaube, ich mache hier das ihm nochmal, damit wir hier diese Wortwiederholung mit Chris nicht so schnell haben. Entweder sahen die Leute auf ihn herab oder sie fühlten sich schlecht, weil es ihnen gut ging und ihm nicht. Persönlich habe ich noch ein ganz kleines Problem mit diesem und ihm nicht. Wir sind ja in Chris' Kopf. Das heißt, wenn er sagt, weil es ihnen gut ging und mir nicht, nicht, sozusagen, das sagt er ja quasi, er erzählt das ja sozusagen dann so, dann hat er also von sich selbst die Meinung, dass es ihm nicht gut geht. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich das meine. Indem ich als Rollstuhlfahrer sage, ihr anderen habt ein schlechtes Gewissen, weil es euch gut geht und mir nicht, sage ich ja tatsächlich zwischen den Zeilen auch, ja, es geht mir nicht gut. Dass ich im Rollstuhl sitze, ist nicht gut. Es ist nicht neutral oder positiv, sondern es ist negativ. Das heißt, dieses Selbstbild von Chris wird hier vermittelt, dass Chris selbst es als negativ empfindet, im Rollstuhl zu sitzen. Das kann ja durchaus der Fall sein, aber man muss wissen, dass das hier transportiert wird zwischen den Zeilen. Und man muss sich dann als Autorin oder Autor aktiv entscheiden, ob man das eigentlich hier so kommunizieren will oder nicht. Also deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, eigentlich seine Figuren auch zu kennen, damit man weiß, hadert derjenige gerade damit, dass er im Rollstuhl sitzt? Dann kann man es definitiv so stehen lassen. Auf der anderen Seite muss man sich dann fragen, ob dieses Mitleid ihm nicht dann guttun würde. Weil wenn er selbst das Gefühl hat, dass es ihm schlecht geht und die Leute nehmen Anteil an seinem Leid, könnte es für ihn ja sogar ein bisschen leichter machen. Also da müsste man dann nochmal erklären, warum er kein Mitleid will, aber sich trotzdem gleichzeitig schlecht fühlt. Weil die meisten Menschen, die kein Mitleid haben wollen, sind ja so, dass sie sich nicht gerade im Selbstmitleid suhlen, sondern dass sie sagen, ich brauche euer Mitleid nicht, denn es geht mir nicht schlecht. Das würde aber dem hier widersprechen. Da also mal gerne drüber nachdenken, wer auch immer diesen Text hier geschrieben hat, was hier so zwischen den Zeilen transportiert wird. Insbesondere, weil wir natürlich mit dem ganzen Thema und da nochmal, das machen wir zum Abschluss sozusagen, mit dem ganzen Thema sind wir ja hier sowieso auf einem etwas schwierigen Terrain, weil die Menschen aktuell sehr empfindlich darauf reagieren, wie über Randgruppen im besten Sinne geschrieben wird. Alleine das Wort Randgruppen ist vermutlich schon wieder ein Ausdruck, der nicht in Ordnung ist. Ich muss zugeben, dass ich mich selber erst in diesem Bereich noch einlesen und unterhalten und austauschen muss, damit ich weiß, wie man sich richtig ausdrückt, ohne jemanden auf die Füße zu treten. Deshalb seht es mir bitte nach, wenn ich irgendwie noch erstens ein bisschen schottere, weil ich versuche zu überlegen, Sätze zu formulieren, die irgendwie keinen Anstoß geben, gerade den Leuten, die es betrifft. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Autorin oder der Autor selbst auch im Rollstuhl sitzt, weil es dann manchmal auch dieses Problem gibt, ach, jemand, der gar nicht, nie in so einer Situation gewesen ist, meint jetzt, dass er darüber schreiben könnte. Ich weiß das zumindest aus der Branche der, keine Ahnung, LGBTQ-Plus-Bewegung meinetwegen, wenn dann da, oder über Black Lives Matter zum Beispiel, wenn dann da geschrieben wird, wenn eine schwarze Protagonistin meinetwegen genommen wird, dann meint man es vielleicht gut als Autor oder Autorin, weil man das als Normalität irgendwie mit in seinen Romanen mit reinbringen will. Aber es kann auch wiederum voll nach hinten losgehen, weil man dann bemängelt wird oder weil man angegriffen wird. Und es wird gesagt, das machst du, du hast gar keine Ahnung, wie man als schwarze Frau wirklich lebt und was nimmst du dir heraus, das schreiben zu wollen, so in der Richtung. Ja, das soll nicht heißen, dass man es nicht tun soll, das wäre ja auch nicht richtig, aber man muss halt sehr sensibel mit sensiblen Themen auch umgehen. Das möchte ich eigentlich nur sagen. Wenn ihr in euren Romanen sensible Themen habt, das sage ich auch aus aktuellem Anlass, vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass es so einen kleinen Shitstorm gab, genau wegen dieser rassistischen Geschichte nämlich und weil da auf den Seiten sehr verhärtete Meinungen sind. Manchmal meint man es auch gut und macht es aber noch schlimmer. Damit das nicht passiert, solltet ihr auf jeden Fall euch ganz sensibel mit dem Thema beschäftigen, wenn ihr so etwas habt, wie ein Rollstuhlfahrer beispielsweise oder eben jede andere Art von sozusagen Randgruppe. Finde ich auch keinen schönen Begriff, da müssen wir noch was Gutes überlegen. Einfach nur, ich möchte einfach nur euch mitteilen, seid einfach achtsam dabei. Okay, ich glaube, das sollte es mit den Texten gewesen sein. Wenn ihr Anmerkungen habt, lasst sie sehr, sehr gerne im Chat da. Und wie ich vorhin schon sagte, gibt es momentan die Möglichkeit, meinen Schreibkurs noch zu buchen bis Montag zu einem günstigeren Preis. Und ich werde euch in die Beschreibung auch den Link zu der Infoseite reinpacken, wo man einfach alles nachlesen kann. Deshalb werde ich euch jetzt nicht stundenlang erzählen, was in dem Kurs alles enthalten ist. Ich dachte mir aber, vielleicht findet ihr es ja spannend, einmal reinzusehen. Und deshalb habe ich das schon mal hier geöffnet. Und zwar sieht so der Kurs aus, wenn ihr Lust habt, da reinzulinsen. Das ist sozusagen das Willkommensmodul mit so ein bisschen Information zu der Vorgehensweise. Und man kann hier dann immer abschließen, wenn man eine Lektion fertig hat, klickt man auf Nächste und kann sozusagen hier durchgehen. Und das sind so die verschiedenen Module, die wir hier momentan haben. Das wird auch mit der Zeit immer noch erweitert. Willkommensmodul ist natürlich erst mal viel Info zu allgemeiner Herangehensweise. Es gibt hier den sogenannten Wow-Code, der Grundlage des Kurses ist. Vielleicht kann ich das kurz mal eben zeigen. Ich glaube, hier kann ich das irgendwie. Mal schauen, kopieren. Man braucht kein Google Drive dafür. Ich habe es auch als Word-Datei und als Open-Office-Datei. Das ist der Wow-Code. Den benutzt man so, dass man Dinge hier eintragen kann. Das heißt, man kriegt das als bearbeitbares Dokument und kann dann hier Dinge eintragen, die sich auf den Kursinhalte beziehen. Hier kann man einfach was reinschreiben. Und so kann man den Kurs bearbeiten und gleichzeitig hier seine Ergebnisse reinschreiben. Das ist so etwas wie ein interaktives Workbook, sage ich mal, so ein Arbeitsbuch. Hier legt man also erst mal seine ganzen grundsätzlichen Guidelines fest und geht dann hier zum Kurs und fängt dann an, beispielsweise hier in einem Satz. In meinem Roman geht es um Blablabla, was auch immer ihr als Antwort hier habt. Das sind die Themen, die ich für meinen Roman plane oder vielleicht auch nicht. Auch hier, das ist nichts in Stein gemeißelt. Das sind einfach nur Hilfestellungen für alle, die da schon was eintragen können. Was erwarten meine Leser? Auch ganz wichtige Sache. Das ist der Wow-Code. Dann gibt es Feedback-Videos alle acht Wochen. Live-Workshops. Dieses Jahr noch zwei Stück, wo ihr daran teilnehmen könnt. Zeit zum Schreiben ist natürlich auch immer ganz wichtig. Hier sind so ein paar Tipps. Zehn Tipps, vier Schritte. Und alle, die mitmachen, bekommen auch die Möglichkeit, bei meinem Online-Kurs Zeit zum Schreiben für null Euro den Kurs zu machen. Genau. Dann haben wir hier Schritt eins, das Fundament. Da geht es wirklich, wie man hier sieht, um die Idee, das Thema, Erwartungen, was auch immer. Teilweise haben wir auch Videos. Ich habe viel Text, weil ich das zum Lernen persönlich einfacher finde, damit man das leichter wiederfinden kann. Aber wir haben halt auch ein paar Videos, hauptsächlich hier bei den Figuren. Da geht es einmal viel um die Figuren-Entstehung, worauf man alles achten kann. Wie man hier sieht, jetzt fünf Minuten zum Beispiel über das Äußere der Figur. Wir haben einiges zum Thema Erzählperspektiven und Plotten. Alle möglichen Sachen, wie Romane allgemein aufgebaut sind, ein paar Plot-Methoden und so weiter da drin, wie man Spannung erzeugt, wie man Nebenhandlung einflechtet. Diese Fragen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie man am Anfang spannend schreibt. Alles, was man so wissen muss. Und dann haben wir hier auch den Schreibstil natürlich, also wie man den eigenen Stil findet, wie man Show-and-Tel benutzt, Erzähltempo und so weiter. Eine lange Liste mit Stilmitteln zum Beispiel, was man alles so benutzen könnte. Schreibtipps für den Stil, Selbstsektorat und so weiter. Und einen kleinen Bonusbereich, wo beispielsweise aktuell einmal eine Ratgeberliste drin ist, wer noch weiterlesen will und Kinderbücher. Und hier wird ab März dann auch noch der Bereich Serien und Reihen freigeschaltet. Also hier gibt es auch dann über Kinderbücher noch ein bisschen Information, worauf man einfach achten sollte. Genau. Das ist der Wow-Kurs. Wer also Lust hat, daran teilzunehmen, der schaue sich bitte die Infoseite an. Und ansonsten danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass wir viel Spaß hatten im Chat. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder sehen können. Wünsche euch eine ganz schöne Woche, ein schönes Restwochenende. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.